Das wäre mein Megaproblem. Im letzten Part haben wir diese Nägel angemalt und ich dachte eigentlich, der Kleber wäre richtig schlecht und ich muss gleich zur Sportsleiter bitten. Und dann dachte ich eigentlich, ich ziehe die jetzt wieder aus, weil der Kleber ist eh schlecht, weil die sind eh ja weit. Der wackelt hier wie ein Wackelzahn. Es tut hier verweht. Oh, ich krieg's nicht ab. Ich will schon, dass ich ziehe aber echt langsam. Oh, das ist so wert. Wir probieren das Ganze jetzt. Aber wenn ich die jetzt um das Wasser halte, weil ich hab die auch frisch markiert, dann kann es sein, dass die halt weggehen. Oh mein Gott. Ihr wisst gar nicht, wie freut sich das anfühlt. Die Hälfte sind viel zu klein für beide. Oh, das zieht man echt neugierig voll ab. Gebt euch mal. Oder wie man das sagt. Oder wie man das sagt. Au. Oh nein, der ganze Lack bleibt klingelt. Au, er ist ab. Ey, schau wie gebogen er ist. Der ganze Bogen hat... Der Nagel hat mich gebogen. Aua. Sie sind ab und auf jeden Fall... So sehen sie aus. Auf jeden Fall! Beep. Boop. Boop. Vielen Dank.